Ist das nicht drüben? Ich wollte gerade sagen, kannst du das nicht von ihm lesen? Ist das Harry Potter? Harry Potter! Ich lese eh ein Buch von der Bobbock. Viola, kannst du irgendwie mit deinem Geschenk ein bisschen weiter vorhören? Du Arme! Vorsicht da! Sie sind so kantig. Es ist schwer, dass ich dich nicht mehr kraten kann. Ja, dann mach auch Papier aufreißen. Willst du es drüben aufmachen? Oder hier? Ja. Ist das ein Stift? Schaut aus wie ein Stift, oder Sophia? Hat die Viola auch einen Stift? Oh! Ja, ich habe einen Einhornstift bekommen. Das war schön. Ah, das ist ein Kuli. Ein Kuli? Ja, ich habe eh ein Kuli gebraucht, weil wir dürfen den Test nicht mit Füller und nicht mit Flaschen schreien. Sophia, du musst jetzt eh aufmachen. Sophia, dein Papier ist zu schön. Ja! Es gibt sogar Elsa Papier, wusste ich gar nicht. Weihnachten. Oh, was cool! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und wie heißen die? Was sind das für Bücher? Diebe in der Lagune. Oh, was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, was ist das? Oh! 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 Sophia, das ist das? Ich muss noch los machen! Jetzt müssen wir noch abmachen. Das machen wir drüben! Hilde, wetten!